Die neuen U-Clean Nass-Trocken-Handwerkersauger von StarMakes für geringe und mittlere Staubemissionen. Innovative Technik und höchste Qualität aus Tradition, made in Germany, für nahezu jedes Einsatzgebiet geeignet. Ob auf Baustellen, in der Werkstatt, bei Installationen und Sanierung oder allgemeinen Reinigungsarbeiten nass und trocken. U-Clean ARDL und ADL – die Universalsauger für den Profi. Der leistungsstarke Schnellläufermotor schafft eine enorme Sorgkraft. Mit 20% mehr Performance und deutlich höherem Volumenstrom und Unterdruck als vergleichbare Motoren ist er stark genug, um jeden Job zu erledigen. Für die perfekte Abreinigung sorgt unser bewährter und innovativer Rundfilter, der direkt um die Motorachse liegt und somit mehr Volumen im Behälter möglich macht. Mittels Flügelschraube kann der Filter zur Reinigung oder Austausch spielend leicht und komfortabel abgenommen werden. Mit der automatischen Filterabreinigung sind stets saubere Filter und optimale Arbeitsergebnisse gewährleistet. Selbst große Mengen an Flüssigkeiten können problemlos aufgesaugt werden. Dank unserem patentierten Wasserstopp wird dabei eine Beschädigung des Motorkopfs vermieden. Bei maximaler Befüllung des Behälters mit Wasser wird die Luftzufuhr zum Motor unterbrochen. Der neue patentierte Smartstopp bietet gleich drei innovative Funktionen in einem. Als Fußfeststellbremse für einen sicheren Stand, als Fahrschutz mit Rampenfunktion, sowie als Handgriff und Entleerhilfe. Neben der normalen Saugfunktion wurden die U-Clean zusätzlich mit einer Blasfunktion ausgestattet. Saugen und Blasen ist somit mit zwei Schläuchen in einem Arbeitsschritt möglich und das mit einem Ausblasstrom von bis zu 215 kmh. Der bewährte Starmix-Bajonett-Anschluss gewährleistet eine ziehfeste Verbindung zwischen Schlauch und Behälter, robust und langlebig. Der ergonomische Tragegriff dient als optimale Schlauchaufwicklung. Am zusätzlichen Haken mit Steckerarretierung wird das Kabel einfach und sicher untergebracht. Unter dem Griff befindet sich eine große Ablagefläche. Dank wackelfreier Zubehörfixierung und Parkpositionen haben Sie immer das benötigte Zubehör griffbereit. Damit ist problemlos ein einhändiger Transport samt gesamtem Zubehör möglich. Der große Kippschalter lässt sich selbst mit dem Fuß komfortabel bedienen. Ausgestattet mit Steckdose für Elektrowerkzeuge und Einschaltautomatik für zeiteffizientes Arbeiten. Der Sauger verfügt über einen stufenlosen Drehzahlregler, damit die Motorleistung perfekt auf das Einsatzgebiet abgestimmt werden kann. Der U-Clean versorgt Ihr Elektrowerkzeug auf jeder Baustelle mit Strom, während Sie direkt am Werkzeug absaugen. Egal ob Hartnäckigen Bauschutt, Baustoffe, Stäube der Staubklasse L, Flüssigkeiten oder andere Stoffe. Oder in Werkstätten schließen Sie Ihr Elektrowerkzeug direkt an den U-Clean an und arbeiten Sie sauber und staubfrei. Die Kontrolllampe an der Vorderseite zeigt Ihnen, wenn der Filter zugesetzt oder der Behälter voll ist. Ist der Filter zugesetzt, reinigt er sich in der Arbeitspause automatisch ab. Danach steht die volle Saugleistung zur Verfügung. Auch bei Sanitärinstallationsarbeiten ist der U-Clean Ihr komfortabler und leistungsstarker Begleiter. Stark verschmutzte Wassermengen sind im Handumdrehen aufgesorgt. Die extreme Saugkraft des U-Cleans liefert immer das Ergebnis, das zählt. Perfekte Sauberkeit. Egal ob mit Düse oder ohne Düse, egal ob nass oder trocken. Die umfangreiche Ausstattung bietet Ihnen ein Höchstmaß an Flexibilität. Und dank der vielen Aufnahmepositionen des U-Cleans haben Sie stets das passende Zubehör dabei, sodass Sie keinen Weg umsonst gehen müssen. Die neuen U-Clean Nass-Trockenhandwerkersauger von Starmix. Quality made in Germany. Made for you.